Hat Thomas Tuchel etwa bereits einen neuen Arbeitgeber gefunden? Auch der FC Bayern steht vor dem ersten absoluten Hammertransfer für die kommende Saison. Und wie sieht denn jetzt eigentlich die Zukunft von Sebastian Allaire und Yusufa Moukoku beim BVB aus? Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos, ihr braucht immer hier kurz und kompakt. Falls euch das Ganze natürlich gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Schreibt mir selbstverständlich auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten natürlich direkt rein mit Thomas Tuchel. Rund um ihn wurde es ja in den letzten Wochen sehr spannend. Erst die sicher geglaubte Entlassung beim FC Bayern, dann wollten die Münchner doch nochmal mit ihm weitermachen. Er selbst hat sich dann dagegen entschieden. Und nach einer wirklich durchwachsenen Saison an der Säbener Straße ist ja mittlerweile schon länger bekannt, dass Thomas Tuchel gerne zurück nach England möchte. Er konnte natürlich zu seiner Zeit beim FC Chelsea seinen größten Erfolg feiern mit dem Champions-League-Gewinn gegen Manchester City. Trotzdem war es nie so richtig klar, welcher Verein denn wirklich Interesse an ihm haben könnte. Ja, und genau hier wird es eigentlich erst spannend, weil wie berichtet wird, hat sich Thomas Tuchel letzte Woche mit Jim Radcliffe getroffen. Radcliffe, der ja erst seit diesem Jahr Anteilseigner von Manchester United ist, hat sich ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder umgeschaut, ob es denn eine mögliche Alternative für Eric Ten Hag gibt. Das ist ja auch kein Geheimnis, auch wenn man den FA Cup gegen Manchester City noch gewinnen konnte, lief es in der Premier League-Saison nicht so wirklich, wie man sich das vorgestellt hat. Nicht jeder ist zu 100% zufrieden mit der Arbeit von Eric Ten Hag. Es gab auch ganz viele Stresssituationen mit diversen Spielern. Und drum kann man zum aktuellen Zeitpunkt auch ein großes Fragezeichen hinter eine mögliche Zusammenarbeit setzen. Ja, und Thomas Tuchel soll im Gespräch mit Jim Radcliffe auf jeden Fall mal den ersten Plan vorgelegt haben, wie er Manchester United wieder erfolgreich machen möchte. Er soll, wie es heißt, natürlich auch über die Problemspieler gesprochen haben, unter anderem ein Jadon Sancho, der ja unter Eric Ten Hag bei Manchester United gar keine Zukunft mehr haben wird. Auch rund um Mason Mount soll er erklärt haben, wie er solche Spieler auf den richtigen Weg bringen möchte. Er soll als Beispiel auch Antonio Rüdiger gegeben haben, den er ja im FC Chelsea wieder zum alten Erfolg gebracht hat. Also da muss man natürlich für den Moment noch immer auf die Bremse treten. Das ist auch ganz klar, es gibt noch keine finale Entscheidung rund um Eric Ten Hag. Thomas Tuchel ist auf jeden Fall sehr daran interessiert, der neue Trainer von Manchester United zu werden. Er möchte auf jeden Fall zurück in die Premier League. Er sieht seine Aufgabe als noch nicht erledigt und da ist Manchester United natürlich eine ordentliche Station. Trotzdem ist es zum aktuellen Zeitpunkt natürlich genauso gut denkbar, dass Eric Ten Hag über die Saison hinausbleiben darf. Ich gebe die Frage gerne an euch weiter. Was meint ihr? Thomas Tuchel bei Manchester United? Kann das funktionieren oder sollte er sich vielleicht dann doch eher anderweitig umschauen? Ja und dann kommen wir natürlich auch noch ganz kurz zu Joao Palinia. Da haben wir erst gestern im Video drüber gesprochen, dass ein Wechsel von ihm zum FC Bayern wieder absolut realistisch ist. Es soll Berichten zufolge sogar schon länger eine Einigung zwischen ihm und den Bayern geben. Aber darum soll es tatsächlich nicht gehen, weil wie es jetzt heißt, ist ein Transfer sogar schon auf der Zielgeraden. Die Bayern sollen den Kontakt zu Palinia nie verloren haben. Auch das war ja letztes Jahr ein ganz großes Drama, als dieser Transfer in der letzten Minute dann doch nicht funktioniert hat. Palinia selbst soll regelmäßig nachgefragt haben, ob ein Transfer, der noch immer realistisch ist. Es ist ein ganz großer Traum, für die Münchner spielen zu dürfen. Und nachdem Vincent Kompany die Mannschaft dann analysiert hat und gemerkt hat, dass es keinen Spieler gibt, der das Profil wie Joao Palinia hat, ist man dann zu dem Entschluss gekommen, dass man ihn wieder verpflichten möchte. Man muss ganz klar sagen, es fehlt immer noch die finale Einigung mit Fulham. Palinia selbst soll darum gebeten haben, dass man den Transfer gestattet, aber Fulham möchte natürlich auch ordentlich entlohnt werden. Es steht immer noch eine Ablösesumme von ca. 40 bis 45 Millionen Euro im Raum. Erst letztes Jahr war die Summe ja noch viel höher. Nachdem Palinia aber selbst Gewissheit vor der Europameisterschaft über seine Zukunft haben will und die Bayern in sehr guten Gesprächen mit Fulham stehen, kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass der Transfer nicht mehr lange dauern wird. Er soll bei den Münchnern entweder einen 4- oder vielleicht sogar einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Also auch hier muss man abwarten, was die nächsten Stunden und Tage so bringen werden, aber man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass ein Transfer von Joao Palinia nur noch Formsache ist. Die Bayern versuchen alles, um den Transfer zu finalisieren und auch Fulham legt Palinia keine Steine in den Weg. Also sie werden ihn auf jeden Fall gehen lassen. Was meint ihr? Richtiger Transfer der Bayern? Können sie mit Palinia endlich wieder erfolgreich werden oder ist das Geld dann vielleicht doch irgendwo anders sinnvoller investiert? Ja und dann kommen wir natürlich auch noch ganz kurz zum BVB. Genauer gesagt natürlich zu Yusufa Moukoko und Sebastian Aller. Besonders rund um die beiden gab es in den letzten Wochen auch ganz viele Abgangsspekulationen. Das ist kein Geheimnis mehr, das brauche ich euch nicht erzählen. Der BVB möchte natürlich auch einen großen Umbruch im Sommer hinlegen. Viele treue und langjährige Spieler werden den Verein zum Saisonende verlassen. Und besonders auf der Stürmerposition möchte man diesen Sommer auf jeden Fall umbauen. Ja und natürlich würden auch diese Verkäufe ganz wichtige Ablösesummen einspielen, um einfach auch wichtige Transfers tätigen zu können. Mittlerweile sollen die Dortmunder kommuniziert haben, dass man beide Spieler gehen lassen wird, sofern richtige Angebote reinkommen. Trotzdem ist das Ganze dann doch einfacher gesagt als getan. Besonders bei Yusufa Moukoko, der noch immer nicht den Anschein macht, als würde er den BVB wirklich zum Saisonende verlassen wollen. Unter Edin Terzic kommt Moukoko nicht so wirklich zum Zug, aber er möchte sich trotzdem bei den Dortmundern beweisen. Drum wird dort immer mal wieder von einem möglichen Leihgeschäft gesprochen, aber auch das Ganze ist natürlich noch weit von einer Einigung entfernt. Und bei Sebastian Allaire dagegen, der natürlich auch eine schwere Saison hinter sich hat, gibt es einfach nicht so wirklich viele Interessenten. Erst 2022 kam er für 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam, aber in diesem Jahr konnte er einfach keine wirkliche Werbung für sich machen. Die damals bezahlte Ablösesumme wird man sowieso natürlich nicht mehr reinbekommen, aber auch ansonsten wird es einfach sehr schwierig. Besonders weil der BVB natürlich an einem spannenden Transfer von Seru Girassi bastelt, wäre es schon wichtig, auf der Stürmerposition so ein bisschen Luft zu bekommen. Also auch hier kann man nicht mehr tun, als geduldig zu bleiben. Sofern der BVB keine konkreten Angebote für die beiden bekommt, ist es natürlich auch durchaus denkbar, dass sie weiterhin Teil der Dortmunder bleiben. Aber das Wunschszenario ist natürlich für den BVB, die beiden im Sommer zu verkaufen und dann Seru Girassi als geeignete Alternative zu verpflichten. Ansonsten war es das aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen Dank natürlich, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.